Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von die Siedler 4. Ähm, ja, ich bin gerade im Pausenmodus. Ich drücke mal P, damit es fortgesetzt wird. Aber ich will gerade mit WRSD hier einen hohen Bildschirm bewegen. Das bin ich mir so gewohnt von anderen. Aber das ist in dem Spiel leider nicht so. So, wir waren... Das ist so ein bisschen her jetzt, wo ich gespielt habe. Ich glaube, ich wollte Brot herstellen. Ne, Fleisch. Brot stelle ich ja schon her. Oder, oder? Ich sehe da nur Fisch. Was ist das? Getreidefarm, Werkzeugschmiede, Mühle, Bäckerei. Wasser hat der... Ja, der Backbrot. Wasser ist da. Ja, wunderbar. Das läuft. Und dann, das ist hier. Metzgerei. Getreide nochmal. Und Schafzucht. Und Wasser, glaube ich, reicht der für beide. Da bin ich... Kann man hier eigentlich vorspulen? Das machen wir mal interessant, wenn ich jetzt Plus drücke. Ah, ne. Das ist Kamera. Okay. So. Schafft der Stein alleine? Ja, doch. Der schafft er alleine. Ich könnte... Ja gut, ich wollte ein bisschen mit den Ressourcen fahren, weil ich habe mir gerade überlegt, ob ich hier in der Nähe irgendwo mal so einen Wachtturm baue. Dann hätte ich mal ein bisschen mehr Land, aber... Das ist doch, glaube ich... Ach, ich weiß nicht. Ist das eigentlich Gold? Ich glaube, das ist Gold, oder? Ich glaube, das ist Gold, ja. Schaut es jetzt aus, meine Guten. Förster, was tust du eigentlich? Ah, okay. Passt. Alles in Ordnung. Ich könnte noch einen Holzfäller gebrauchen, eigentlich. Aber das ist so blöd, weil wir jetzt Holzfäller bauen. Dann bauen die für die anderen Bauten wieder so lang. Ich muss jetzt erstmal Fleisch herstellen. Wenn Fleisch hergestellt wird für... Der braucht gleich, ne? Eisen. Wo steht denn das normal? Ne. Wie nennen sie der hier? Ach, ne. Die ist doch beim Essen, ne? Fleisch Metzger. Vielleicht für die Bergleute in ihren Eisen- und Schwefelminen. Ja. Für Eisen und Schwefelminen. Also, die brauchen unbedingt Fleisch. Da sieht man schon, dass da nichts mehr kommt, weil er kein Fleisch hat. Alles wird so halbscharig angefangen. Das ist ja furchtbar. Nichts zu Ende. Ich denke, ich könnte mir die mal ein bisschen vorgehen, damit ich die mal weiß. So. Da bin ich ja schon... Oh nein. Geh mal aus dem Gebiet bitte raus. Oh nein. Nein, 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 nein. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Wenigstens ist hier der Turm. Aber ich frage es, wie viel, ne? Oh, ist das ekelhaft. Der ist so nah. Ich geh die da nochmal zurück. Oh, warte. Das ist nochmal ein Berg. Was ist das? Auch eingefallene Hütten. Das hab ich ja noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe einen Gold gefunden. Wie wird alle quer ein Feld laufen. Ich schau zu meinem Bauprojekt aus. Okay, da geht was weiter. Und ich muss mich wieder hier platzieren. Los geht's, Leute. Sag ich, dass der zurücklauft. Ich dachte, das ist gerade ein... Krieger von mir. Kommt schon. Jetzt macht das scheiß Fleisch fertig. Kann ich da eigentlich... Ich würde da gerne einen Mitarbeiter dazu tun, damit sie das schneller funktionieren, statt neu zu bauen. Wir brauchen die... Ach, drei. F3. Ach du Scheiße. Das Brot... Das Kohle kriege ich jetzt echt genug. Eigentlich könnte ich, wenn die dann Fleisch haben, habe ich Kohle und Eisen. Und dann könnte ich gleich anfangen. Das wäre schon fett, ne? Was lagere ich da alles? Nur die zwei sagen. Ich überlege gerade, ob ich da noch einen Lagerbau, wo ich... Werkzeug schmiede. Das ist Eisenschmelze. Ach, ne Waffenschmiede habe ich noch gar nicht. Oh, no. Habe ich Spitzhacken noch? Das ist jetzt einmal mal... Eins, zwei, drei Spitzhacken machen. Und da ist was... Nein, das ist nicht fertig geworden. Ich dachte jetzt echt, dass das fertig ist. Leute, Leute. Wo bringt der das jetzt hin? Hat der eigentlich mal... Oh. Klar, dass das so ewig dauert. Gut, ich glaube, hier wollte ich mal was hinbauen. Ach ja, genau. Der soll der hier pflanzen. Ach gut, das kann er auch hier. Der muss ja nicht unbedingt hier sein. Ich glaube, ich mache hier mal die Kamera ein, weil... So, ein bisschen zurückzuziehen. Dann möchte ich das sehen, wenn die angreifen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Spiele. Gottes Willen, früher war das einer meiner Lieblingsspiele. Natürlich jetzt im Vergleich zu den neueren Spielen, ja, ist das sehr langwierig. Also, wie ihr vielleicht selber merkt, man tut nicht recht viel, man wartet viel. Aber trotzdem ist das ein bisschen... Es sieht schön aus. Also, ich finde, Siedler ist ein geiles Spiel. So, aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nur warten, bis die drei eigentlich fertig gebaut sind. Bis dahin muss ich... Immer die Materialien werden direkt dahin geschafft. Ich kann nichts anders großartig anfangen zu bauen, weil... Dann werden die Materialien gleich wieder weg und dann kommt nichts fertig. Und ich muss jetzt Fleisch herstellen, damit der was produziert. Ich brauche jetzt unbedingt Eisen, damit ich Waffen herstellen kann. Weil das nächste, was ich dann echt baue, ist eine Waffenschmiede. Damit ich Soldaten herstellen kann. Und nach der Waffenschmiede natürlich eine Kaserne. Und dann ist eigentlich eh schon... Also, diese Siedler... Ich habe immer... Das ist meine Erinnerung, dass eigentlich Siedler mehr baut ist. Aber eigentlich der Ziel ist immer, nur Soldaten herzustellen, um die anderen zu zerstören. Das in einem richtig schnellen Tempo. So schnell wie es geht halt. Also, ich glaube, aus der Folge, beziehungsweise aus dem Level, aus dem Spiel, habe ich jetzt gelernt, am Anfang immer vielleicht nochmal eine Holzfällerhütte und nochmal einen Wald ansetzen oder so zwei Forster. Alles ein bisschen doppelt, vielleicht nochmal einen Steinmetz. Damit dann am Schluss... Damit jetzt... Da wäre das jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Ähm... Die stehen halt ein bisschen rum. Das ist nicht so geil, aber... Aber das ist auch wichtig, damit mir die Arbeiter nicht ausgehen. Wie sind das? Das ist schon wieder meiner. Geh mal nicht da... Geh mal nicht zu dem Feind rüber. Das ist echt blöd. Wieder nix fertiggestellt. Einmal Holz. Einmal Holz. Einmal Holz, einmal Stein. Aber Stein bringt... Und da, der bringt Holz. Dann wird jetzt irgendwas fertig. Also Brot backen die hier. Brot ist schon mal... ...zu Genüge da. Der kommt irgendwie nicht voran. Ich glaube, den da schicke ich jetzt noch da runter. Weil wenn da unten der Feind ist... Ich brauche die Goldadel hier unten. Aber ich brauche da unbedingt Gold. Alter, wie viel Kohle ich habe. Voll geil. So, das ist fertig geworden. Und zwar die Schafzucht. Das ist schon mal gut, weil Schafzucht braucht immer relativ lange. Und der hat gerade kein Getreide dann. Der holt sich jetzt das Getreide von da. Was aber jedoch die Mühle braucht. Das ist doch nicht so geil. Aber der ist auch gleich fertig. Da wird Holz schon gebracht. Da läuft's. Und dann da auch nur noch ein Holz. Er ist schon dabei. Und dann stellen wir Fleisch her. Wie versprochen in dieser Folge nach 10 Minuten nichts tun. Ja, aber das ist halt mein Ziel. Aber trotzdem fühlt es sich so an, als datste was tun. Obwohl du nicht viel machst. Jetzt geht es schon wieder weg. Ja gut. Aber ich verstehe nicht, warum die jetzt die Cola nicht wegbringen wird. Das ist doch noch... Ach, das ist voll. Da sind noch Eisen drauf. Ui. Oh mein Gott. Ich will aber das weiter... Tu mir jetzt. Was ist das denn da drauf? Eigentlich... Was soll die hier? Warum tut ihr kein Brot und so hin? Vielleicht war noch ein Lager schnell. Weil noch mal Eisen reinklatscht. War ich eigentlich... Ja nee, wenn ich jetzt Eisen... Nee, das wird... Jedes Eisen, was da gleich produziert, kommt gleich zum Waffenschmied. Ja, Waffenschmied, wichtiger. Guck mal, die Schäfchen. Ich würde die Kamera drehen. Geht ab in dem Game nicht. Endlich. Ach, das ist auch schon fertig? Jawoll. So, dann können wir eigentlich gleich das nächste bauen. Wichtig ist jetzt eine Waffenschmiede. Ich habe echt keine Waffenschmiede gebaut? Nee, noch nicht, ne? Ganz schön für Viren dran, so ein bisschen. Aber naja. Hier kommt die Waffenschmiede hin. Und die Kaserne. Die hier oberste Priorität. So. Und eine Kaserne. Oh oh. Naja, erzähl mir keinen Scheiß, dass ich keinen Platz habe für eine Kaserne. Gerne. Ehrlich. Wirklich jetzt. Hier ist doch ein riesen Wasserplatz. Oh ne. Nein, was treibt sich da unten schon wieder rum? Der ist schnell dort. Macht's mal lieber hier weiter, wir beide. Ja, fuck. Dann muss ich hier erstmal einen Turm bauen. Es hilft nichts. Wenn ich keine Kaserne. Guck mal, die ist doch nicht viel größer, Mann. Die muss doch hier irgendwo hinpassen. Boah, ist das so ein Kotzen, ehrlich. Boah, da muss unbedingt viel, viel schneller Holz produziert werden. Oh, vielleicht unglücklich platziert jetzt. Ist das Stein da? Was ist das? Ist das ein Steinhaufen? Weil das soll der dann schnell weghauen. Ich weiß es nicht, ob das ein Steinhaufen ist. Das erkenne ich jetzt nicht. Kann schon sein, dass das irgendwie so Reste sind. Aber ich habe hier, hier kann ich gar nicht gar die Kaserne bauen. Hauptsache zumindest, das Spiel wurde gespeichert. Was fehlt denn da? Zweimal Holz, Alter. Holz ist so mangelbar. Die sind gleich hier, das beängstigt mich voll. Was ist denn jetzt eigentlich? Ich stelle dir jetzt mal Fleisch her, der? Keine Schafe. Nur Getreide. Getreide muss schnell hergestellt werden. Oh mein Gott, ey, das nervt. Ist das mein Laufel? Ist die fertig? Nein, einmal Holz. Aber der Sekt schon, der Sekt schon. Spiel gespeichert. Oh, gehen die schon wieder da runter. Ich glaube, ich muss den jetzt echt mal woanders hinchecken. Von mir aus gehe ich nochmal da hoch, aber... Ein Feind, ich weiß nicht, ob der es den ein bisschen hier so anheizt, dass er... Oh, er ist in meinem Gebiet. Da greifen wir den gleich mal an. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, da kann er erstmal richtig Waffen herstellen. Unbedingt. Keine Steine mehr. Okay, dann ist das gar kein Steinscheiß. So. So. Na, na? So. Na? All klar. Steam hat mir jemand geschrieben. Habts ist es gehört. Na ja, geil. Ähm. Schwerter. Fünf. Zehn. Schwerter. Oh, ich brummeln. Ich hab keine Ahnung. Fünf. Zehn. Oh, ich brummeln. Ich hab keine Ahnung. Schwerter drauf. Ich überlege gerade. Holz ist eher das Problem, ne? Boah, Alter. Ich weiß es nicht. Nee. Komm. Wo hat denn der eigentlich... Ah ja. Alles im grünen Bereich. Immer noch nicht. Was ist los da? Oh. Oh. Mach ganz schön lang, bis die Schafe aufgezüchtet werden, ey. Einmal Holz. Da kommt einmal Holz. Und der sägt einmal Holz. Oh. Mann, 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 Mann. Ähm. Danach. Ich bin mir wirklich vor, weil das dauert ewig so eine Kasse hinzubauen. Ob ich nicht vorher so eine Holzfälle hätte er schnell hinklatsch. Ich glaub, die dürfte jetzt nicht so lang dauern. Ja. Ich hab den Platz. Okay. Oh, endlich. Aber ich überleg grad echt. Aber da bräuchte ich noch eine Sägelmühle auch noch dazu. Nee, scheiß drauf. Das ist gefährlich eigentlich. Direkt einmal anstrengend. Eigentlich müsste die ewig zwei Hinten stehen, damit die nicht gleich zerstört wird, wenn sie angreifen. Hier, Bäm. Ausrufezeichen. Und das ist ewig zwei Hinten. Ich muss Soldaten herstellen. Das bringt nix. Hilft nix. Wollte ich sagen. Aber. Aber. Jetzt nur noch eine Kasse hinzu. Und dann können wir Soldaten herstellen. Oder herstellen. Ausbilden. Und wenn die ausgebildet sind, dann haben wir eine Armee und können den Fein vernichten. 4,5. Oh, alt. Arbeit jetzt schneller. Wie viel... Wie schaut's jetzt oben mit den Bürgern aus? 39 nix tun. Das ist schon mal nicht schlecht. Die können wir dann als Soldaten verwenden. Und dann... Danach bauen wir erst mal eine Goldmine. Und das fertig ist. Dann. 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 Da hab ich nen Turm gebaut. Oh ja, Brot haben wir jetzt. Ach, Brot haben wir die ganze Zeit. Aber Fleisch meine ich. Hier, Fleisch. Fleisch. Das heißt, der produziert wieder Eisen. Und der produziert Waffen. Und mit den Waffen kann ich richtig fett abgehen. Okay, da bringen sie schon mal drei, vier mal Stein, seh ich. Wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier mal Holz. Hä, das geht. Ich seh gleich alles da. Hä, hä, wo haben die das jetzt her? Aber einmal Stein fehlt. Aber da liegt schon mal einmal Stein. Und die... Geil! Ist ja gleich gebaut. Einmal Holz und einmal Stein noch. Da ist der Stein, da ist der Holz. Geil, dann kann ich ja gleich anschauen, das nächste zu bauen. Und zwar... Eine Goldmine. Eine Steinmine hätte ich auch. Da krieg ich endlich mehr Stein. Ob das nicht sinnvoller ist? Erstmal auf Materialien setzen. noch mal zu lassen. Hm... Aber hier braucht eh nur Fisch. Fisch habe ich zugemügt. Ja. Der wird ja schlecht. Der fängt schon an zu stinken. Hier der Stein. Da weg Gold. Ich muss das ganze Zeug auch noch bauen. Jetzt erst mal Gold, bevor ich dann gar keinen Platz mehr habe. Hier Gold. Zack. Und dann eine Steinmiete. Oder ich baue noch einen Steinmetz. Jetzt brauche ich hier noch einen Steinmetz. Da ist der Weg nicht so weit. Ein bisschen zu lustig. Und meine Kassel, das werde ich das halten. Ich kann. Was brauchen wir die? Goldbahnbrauch. Da brauche ich ein Goldbahn. Da muss ich erst mal ein paar von denen. Warte, ich muss jetzt einmal kurz nachschauen. Wie viel... 16 Schwerter und 10 Bögen habe ich. Das heißt... 1 18 1 2 So. Im Treffen tun die euch alle hier. Oh, das ging schnell. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen wohler, weil wir Soldaten herstellen. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir, wie die Goldmine fertig wird. Wie ein paar Goldbahnen herstellen und herstellen. Und dann... Ein paar gute Soldaten ausbilden. Und dann greifen wir mal den Feind an. Hoffe ich zumindest, wenn das alles nicht zu lange dauert. Weil ich glaube... Ja, guck, eine Steinmetz-Hütte baue ich auch noch. Das dürfte danach schneller gehen. Aber eventuell muss ich dann, wenn ich jetzt so viele Soldaten ausbilde, muss ich vielleicht nochmal ein Wohnhaus bauen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt die Siedler 4. Und... Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.